Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part hier in Heu4. Wir haben inzwischen Österreich-Ungarn gegründet und unser Land halbwegs stabilisiert. Ich habe dann meine Armee ziemlich geupgradet. Das Problem dabei ist nur, dass wir inzwischen etwas Probleme mit der Artillerie haben. Da fehlt uns einiges und zwar so viel, dass ich nicht mal auf die neuere Artillerie upgraden will. Weil wir unter Umständen in naher Zukunft gegen Tschechien und oder Italien Krieg führen. Und da bräuchte ich erstmal eine volle Armee. Deswegen werde ich diesmal tatsächlich auf Quantität setzen. Was ja eigentlich nicht so ganz mein Spielstil ist. Was wiederum mein Spielstil ist, ich habe den Baukauf forciert. Sprich, die Leute müssen jetzt. Dadurch kriegen wir mehr Resource Efficiency und weniger Consumer Goods. Das bedeutet, mehr von unseren Fabriken bleibt für uns übrig. Wir sind inzwischen bei 11 Prozent, weil eine Wirtschaft ist nur dann gut, wenn sie nichts mehr für die Bevölkerung tut. Und gleichzeitig kriegen wir noch ein bisschen political power. Also es schadet garantiert auch nicht. Und ja, das bringt uns eben ein paar Vorteile auch, dass wir jetzt eben vier bekommen. Und wir können ansonsten hier auch noch uns ein paar Sachen überlegen. Wichtig wäre auf jeden Fall, dass wir in irgendeiner Art und Weise die Industrie boosten. Entweder durch die Forschung oder durch die Produktion an sich. Weil wir wirklich jetzt schnell Artillerie brauchen, kurz, frisch. Nichts werden wir aber kaum mit der political power bekommen. Aktuell bin ich dabei. Oh, Repair Speed. Oh, sehr, sehr gut. Wir haben nämlich ein bisschen kaputtes Land. Ich hoffe. Ah ne, okay, wir haben jetzt alles repariert. Verdammt. Da war ich jetzt ein bisschen spät dran. Ähm, unser Land war nämlich ein bisschen zerstört. Und deswegen haben wir, ähm, genau, ich kann so lange Daniel Hotschern lassen, das geht nur recht schnell, kann ich nebenher erzählen, was wir gemacht haben. Also ich hab Ungarn integriert und das Problem dabei war, dass man dann erstmal ein ziemlich instabiles Land hat. Ich wollte aber so schnell wie möglich den Fokus bereit haben, um Tschechien anzugreifen. Weil wenn Deutschland anfängt, sich großen Teil von Tschechien zu schnappen, kann ich da auch mitmachen. Und, äh, will natürlich dann, ich muss in diesem Zeitfenster agieren, in dem Deutschland sich einen Teil von Tschechien schnappt und dann Rest-Tschechien quasi erledigt. Dazwischendrin müssen wir rein. Und deswegen muss ich da eben den Fokusbaum soweit bereit haben. Das ist schon nicht ganz so einfach. Gleichzeitig muss ich mir überlegen, wann ich in Italien den Bürgerkrieg triggere, desto später desto besser, weil dann haben die Monarchisten, äh, höhere Chancen. Äh, ich sollte aber auch nicht zu lange warten. Und gleichzeitig habe ich noch einen sehr, sehr schönen Wirtschaftsfokus, der mir extrem viel bringt, der wirklich sehr, sehr stark ist, da ich dort, äh, Ungarn und Tschechien quasi ausbaue. Aber dadurch, dass ich die Länder ja integriert habe, also Tschechien werde ich integriert haben, Futur 2, ähm, bekomme ich natürlich die ganzen Fabriken und das ist dann überproportional stark, so. Und das ist eben der österreich-ungarische oder österreichische Fokus, die ist schon sehr nice. Ich bin jetzt mal ein bisschen auf, ähm, Industrie gegangen, damit ich weiter ausbauen kann. Also ich habe mir ein bisschen Infrastruktur geholt, ähm, weil ich zwischenzeitlich keinen Platz mehr zum Bauen hatte. Äh, die Idee ist jetzt, dass wir, ähm, vielleicht uns noch die Recruitable Population holen, weil wir haben echt ein bisschen wenig Manpower. Äh, und dann machen wir quasi weiter, sodass wir so im Mittelweg gehen. Aber in der Zwischenzeit versuche ich, ähm, so gut es geht, die politische Power, davon kriegen wir ja einiges sinnvoll einzusetzen. Also hier, ähm, State Building Slots wird auf jeden Fall viel bringen, Factory Output, also da haben wir noch ein paar gute Sachen. Ähm, wir sollten dann aber auch mal schauen, in Road to 56 gibt es wirklich schöne, ähm, Berater. Also hier haben wir Industrieberater und so weiter, Industrial Research, 15% ist halt schon sehr stark. Ich habe da zwar das Wichtigste jetzt schon erforscht, aber, ähm, bringt einem natürlich schon einiges, wenn man hier die ganzen Sachen deutlich schneller erforschen kann, wobei wir da jetzt ja größtenteils durch sind, das heißt, wir werden das erst, äh, später machen, hätten wir vielleicht früher machen sollen, so im Nachhinein. Wir können bestimmte Einheiten besser erforschen, ich will ja so ein bisschen den Fokus auf Artillerie setzen, mit Gebirgsjägern ist das nämlich eine sehr schöne Kombination. Wir haben hier, äh, National Character tatsächlich, ähm, da können wir auch ziemlich viel interessantes Zeug einstellen, also Rollenbilder zum Beispiel, da können wir sagen, wir haben höhere Produktivität, aber dafür weniger rekrutierbare Bevölkerung zum Beispiel, oder wir können die Bevölkerung erhöhen, also in eine andere Richtung, je nachdem. Ähm, da habe ich mir jetzt tatsächlich überlegt, ob wir vielleicht kurz die 5% Factory Output nehmen. Ja, das ist jetzt halt die Frage, wie kurzfristig wir uns orientieren wollen. Inzwischen produzieren wir tatsächlich 8 Artillerie am Tag, aber wir müssen auch, boah, langsam aber sicher uns überlegen, wie wir es machen. Also ich würde sagen, wir produzieren jetzt tatsächlich voll auf Artillerie, dass es sich tatsächlich auch lohnt, das Zeug einzuhandeln. Wir holen uns von jedem ein bisschen was. Ja, Frankreich weiß nicht, ich nehme mal Schweden. Oh, die hier, ich weiß noch nicht, wer das ist, aber, ähm, sieht interessant aus, sodass wir hier sauber produzieren können. Das war zwar jetzt nicht so ganz schlau, das hier, ähm, auszunehmen, aber wir werden eh gleich die, äh, Waffen quasi nochmal upgraden und dann bringen wir lieber hier jetzt einmal alles hoch. Weil die Artillerie fehlt uns wirklich dringend und ich habe Angst, dass wir eine unfertige Armee reinschicken, äh, vor allem auch deswegen, weil ich da einen sehr großen Fehler begangen habe, dadurch, dass ich, ähm, vorausforschen würde ich hier jetzt nicht, dass ich die Artillerie zu früh eingestellt habe. Ich habe unterschätzt, wie viele neue Truppen wir dazu bekommen haben und deswegen würde ich sagen, gehen wir tatsächlich mal auf diese Special Research Division und da würde ich Infanterie, äh, Artilleriebonus geben. Ich überlege es mir jetzt mal ganz kurz. Wir können natürlich auch auf Industrie gehen, ähm, Orgabonus meine ich, aber der Orgabonus ist halt schon ziemlich strong, weil wir, ähm, viel Artillerie benutzen werden und dann sinkt eben unsere Orga und das Einzige, was wir noch machen könnten, wäre quasi das hier, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, fällt mir gerade eben auf, weil wir dann das Problem haben, dass wir nicht so viele Fabriken in unserem Land bauen können und, ähm, boah, gehen wir auf Wirtschaft, ach komm, ach, es ist, es passt einfach in meinen Spielstil, sehr viel Wirtschaft zu nehmen, komm, das passt schon. Dafür haben wir ja die Gebirgsjäger, die treiben die Orga ja auch wieder hoch. Äh, okay, jetzt haben wir genügend, ähm, so, jetzt können wir vielleicht diesen Lichtenstein-Dinger machen, der bringt aber nicht so viel. Da gibt's nochmal Infrastruktur, äh, und damit kriegen wir 1, 2, 3, 4, 5, ach nee, wir kriegen nur 3 Zivilfabriken und ein paar Plätze, das brauchen wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht. Heißt, wir gehen mal dieses, äh, Prepared Tschechoslowakia Invasion nehmen wir mal, damit wir da eben bereit sind, falls es soweit, falls es soweit kommt. Ähm, da gucken wir jetzt mal, ob wir noch einen guten Berater kriegen, weil es gibt meistens sehr, sehr gute Berater, aber Captain of Industry hätten wir vorher mal gebraucht, wir könnten die Consumer Goods nochmal um 1% senken und Construction Speed 2%, hm, hm, und hier können wir die Non-Core Manpower erhöhen, nur die Frage ist, haben wir das jetzt gekort, gehört uns dieses State Owner? Okay, nee, das gehört uns, das heißt, wir brauchen keine Foreign Claims, wir nehmen tatsächlich diesen Vice President, ja, der, der für 150, der ist schon ein bisschen teuer, aber ich denke, da haben wir die Punkte auch schon schlechter investiert, äh, inzwischen sind wir jetzt 10% Consumer Goods, das ist relativ gut, und, äh, ja, das war jetzt halt nicht so schlau, dass wir quasi die, also kurzfristig natürlich schon sinnvoll, die Produktion auf die Artillerie zu stellen, aber dadurch haben wir jetzt einen Effizienzverlust bei den Gewehren, das ist natürlich nicht so gut, aber was wir mal machen. Und ja, die Videos werden natürlich hochgeladen, weil ich werde jetzt demnächst in die Heimat fahren, und da ist natürlich wichtig, dass ich, ähm, da Videos auf Vorrat habe. So, auf Support-Artillerie hier, das wäre natürlich sehr wichtig, ähm, da kommen wir, glaube ich, nicht so schnell hoch. Naja, ich mute mich mal an der Stelle. Guten Tag. Hallo. Heiko, drück bitte mal auf 4, ich möchte noch Kostik. Irgendwer führt Bürgerkrieg, glaube ich. Oder ist der vorbei? Ich höre zum Krieg. Keiner führt Bürgerkrieg. Weil Tim hat mir geschrieben, geh auf 3. Flashlord, ich soll deine Nachricht lesen. Ich habe heute meinen 15. Geburtstag, den Part bitte nach. Ja, das wäre vielleicht ein bisschen viel, aber in dem Fall alles gut, äh. Ja, ähm, du wolltest ja, achso, ich auch, du wolltest ja, ähm, dass wir in ein Bündnis beiträgen, ne? Ja. Das, äh, wird tatsächlich nicht funktionieren. Weil wir World Tension von 100% brauchen? Weil du World Tension von 100% brauchst. Warum auch immer. Und da bin ich vorgeschlagen, dass wir einfach alle Kostik fallen. Österreich hat noch den Fokus, ein neutraler Österreich. Musst du irgendwie loswerden, Heiko. Okay, ich sehe auch gerade eben, dass ich vielleicht dieses, äh, Defense of the Fatherland machen soll, weil ich ja 20% military factory construction speed bekomme. Boah, hast du das noch nicht gemacht? Nee. Hat Dinges noch weggesagt. Jaja, den habe ich, es ist nicht so, dass ich es nicht wusste, ich habe es nur vergessen, weil ich dachte, ich hätte es schon gemacht. Ähm, okay. Wie bekomme ich die Neutralität weg? Rearm the Bundeswehr, prepare for war. Aber auch wenn du kriegst, geht das glaube ich auch weg, oder? Also wenn du es wegbekommen würdest, wäre es sehr praktisch, weil dann, äh, müssten wir nicht hier an Russen. Mhm. Austria-Hungary Unification. Boah, ich habe da unten ja nochmal einen Fokus-Tree. Alter, ich habe viel zu viel Zeug, das ich machen kann. Daniel kann dir da vielleicht vielleicht behelfen. Ja, Daniel, schau du mal, ähm... Du musst, glaube ich, im Krieg sein. Den Fokus habe ich jetzt auch noch nicht gefunden dafür. Ja, dann musst du bald im Krieg mit... Du kannst ja bei Italien mit in den Krieg rein. Ja, genau. Also du kannst entweder bei Italien, kannst du entweder in Tirol oder sowas just demanden. Ich kann auch diesen italienischen Bürgerkrieg triggern, oder? Ja, genau. Du kannst dann sagen, entweder du forderst was. Doch, doch. Du kannst sagen... Ich forder Südtirol, ich würde es dir empfehlen. Entschuldigung. Du kannst halt sagen hier, du hilfst Italien, dafür kriegst du dann Südtirol und Istrien. Du kannst sagen, entweder gib mir oder ich töte euch, oder du sagst, ich helfe euch und gib mir es dann. Wenn du sagst, demanden Südtirol in Istrien, dann demandest du es und Ufa, äh... Äh, apropos, Italien ist schon so gerade geflippt, ne? Die sind... Oh, lol. Das ist schlecht, oder? Ich weiß nicht, ob das schlecht ist. Nicht unbedingt, aber sie sind halt... Oh, Gott, du hast es verkackt, äh, vergessen, oder? Nein, zu mir hat man gesagt, ich soll warten, bis sie bei 50% sind, weil ich sonst den Bürgerkrieg verliere. Oh, ja, okay. Wahrscheinlich, ich meine, die Wahl hatten die, ich keine Ahnung, also, es kann sein, ab 50% können, die ein Event bekommen, halt hier, äh, dass die Leute revildieren und dass man jetzt andere Ideologie hat. Das kann direkt kommen, das kann aber erst nach drei Jahren kommen, das kann natürlich ein bisschen peck sein. Ja, das ist ja ziemlich unlucky jetzt. Aber der Fokus, der ist ja theoretisch noch da, der wird nicht gebypasst. Ne, der ist noch da, aber... Naja, wenn du dir dann machst vielleicht wieder, dann geht der dann einfach ruhig. Das Problem ist, ja, ich hab halt eigentlich schon ziemlich gute Foki, die ich unbedingt machen sollte. Ich weiß nicht, ob... Also, da steht halt, dass die Supporter in Civil War starten, aber ich glaub nicht, dass das funktioniert. Also, eigentlich müsste es ja auch gepypast werden, oder? Wenn die sich da ändern. Könnte natürlich sein, dass die Faschus dann nochmal so volvieren. Ich darf einfach nicht auf die Leute hören, wenn sie mir sagen, es ist nur bis 50% von. Ne, das hab ich tatsächlich gesagt, aber es war auch eigentlich richtig so. Weil sonst ist es eigentlich nur mal so, dass sie den Krieg verkacken. Aber jetzt war halt... Jetzt haben die halt direkt dieses Event bekommen, wodurch die halt monatistisch werden. Okay. Ähm... Ja, es ist... Ich müsste dann jetzt... Ich seh da sehr gute Dinge. Jo. Tschüss, Lukas. Die Garantien von Tschechien sind weg, ne? Genau, das bedeutet, ich kann einfach den Krieg gegen Tschechien gleich starten. Ja, ja, das hab ich ja gemeint. Genau, genau. Und da kann ich euch ja dann einladen. Du musst halt nur Rumänien bedenken. Hast du gehört, Türke? Oh, Rumänien ist mit dabei. Ja, die haben Quarantie da drauf. Ist schlecht. Ich glaube, Rumänien, ich glaube, Türke und sowas wollten ja auch gegen Rumänien oder so. Ja, wir wollen den Rumänen sowieso haben. Ich spreche kurz. Oh, ich brauche dafür eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Divisionen. Scheiße. Vor allem, das sind doch Planes, ne? Da wird mir schon nicht... Sechs gar nicht reichen. Ja. Na, vielleicht... Die müssen ja noch Truppen woanders da hinpacken. Mein Krieg ist schon mal. Das ist ja die Frage, weil ich kann die tschechische Front sonst nicht abdecken. Vielleicht kann ich noch ganz schnell Infanterie raus spammen. Ah, kack, jetzt will ich nicht atmen. Du hast 40.000. Ja, ja, ich hab aber auch ein bisschen verkackt mit... Ich hab zu teurer Division gebaut. Wir spielen die ganze Zeit auf drei und die ganze Zeit immer nur, ich hab's verkackt. Ich hab's vergessen. Ja, stream mal. So, ich spiel vielleicht mit 10% der Aufmerksamkeit dieses Spiel. Gut, ich kann natürlich Infanterie-Divisionen bauen, tatsächlich. Und dann bau direkt 20 oder 30. Also, bau direkt richtig was raus. Ja, gute Idee. Weil mit der Infanterie-Division, äh, mit der Cavalry-Division mach ich halt einfach nichts anderes. So, die wandle ich dann später auch in Infanterie um. Aber mit der mach ich einfach nur Front abdecken. Aber meistens ist das so, wenn ich, äh, Tschechien in den Krieg geklebt hab, dann hat er ja meistens die Truppe nur nicht mal an meiner Grenze. Und da konnte ich... Ja, da ist ja Cavalry noch besser. Dann kann ich einfach durchrennen. Ja, also, das würdest... Ja, aber keine Cavalry bauen, ne? Also... Ja, geht jetzt nicht anders. Ich hab nur noch Infanterie-Divisionen mit Artillerie drin. Och. Wozu hast du denn... Wozu warst du denn in Spanien? Ja, für die Gebirgsjäger. Ach, du Scheiße. Kuss das Info. Was hast du denn für Gebirgsjäger gemacht? Pizzjäger für Gebirgsjäger? Oh, ja. Ne, die sind noch nicht mal fertig, das ist das Problem. Aber die haben Panzer drin. Du machst mich fertig, ey. Ja, ich mach die Panzer doch. Ja, ja, ne, ne. Panzer als Support. Und es reicht aus, dass die Panzerung als Panzer durchgehen im Game-Technisch. Gebirgsjäger, Panzer als Support. Ja. Glaub mir, das ist einfach nur OP. Also, jetzt wahrscheinlich, wenn man eine Meta-Runde spielt, nicht. Aber bis jetzt hab ich sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, tatsächlich. Alter Schwede, ey. Ich bin hier auf YouTube nicht erfolgreich geworden, Anführungszeichen. Weil ich die Runden einfach standardmäßig spiele. Ich glaub, das würde sich kein Mensch angucken. So, Invades, äh, Czechoslovakia. Perfekt. Ja, dann kann ich später auch auf War Economy gehen. Das ist ja schön. Was ich wollte sonst schon machen. Capitalism. Ähm. Äh. Warte, Türke? Heiko. Äh, ja. Dann, ich geb dir jetzt. Militär, Militär access. Und dann beweg mal alle deine Truppen an die rumänische Grenze. Und dann fallen wir gleich direkt in die Rumän ein. Wenn wir dann Heiko joinen. Dann hat's. Ach so, also jetzt soll ich quasi Griechenland vergessen. Äh, nee, Griechenland machen wir danach. Äh, weil Heiko ist ja gleich im Krieg mit dem Tschechen. Und, äh, ich weiß nicht, bist du dann, äh, wirst du, würd dir, dann wird der eigentlich auch nicht mehr von Rumänien garantiert, oder? Doch, von Rumänien glaub ich schon auch. Ja, und, ähm, dann hat Heiko kein Problem mit den Rumänen. Äh, auf jeden Fall würd ich dann aufpassen, äh, dass du, du hast auch noch ne Grenze an Rumänien, ne? Also, dass du die nicht vergisst. Ja, ja. Daniel? Ja. Nur, dass du Bescheid weißt, ich hab jetzt britisch Malai nicht über State of Sphere Tool integriert, sondern ich hab denen so lange Waffen und Ausrüstung geschickt, bis ich sie integrieren konnte, über das Vassalen-Integrationsmenü. Nö. Nur, dass du Bescheid weißt. So, braucht hier, braucht jemand Wolfram? Ja, ich tatsächlich, aber bist du nicht eh Imperial Quanta Territory? Nein, ich bin, ähm, State of Japan. Sieht so japanisch aus. Ich bin State of Japan. Der Deutsche kann man Chuko einladen. Äh, Japan, äh, Gott, ah, ich kann mit dir nicht handeln, weil ich hab keinen Hafen. Ah, okay. Weil mir fehlt tatsächlich Wolfram ohne Ende. Iii, was ist denn deinem Land passiert, Tim? Halt, komm mit mir. Was ist? Du hast fast keine Division mehr. Ach so, warte. Welches Land bietet Wolfram an? Äh, ich kann. Boah, du wolle. Ja, die Türkei auch. Ah, nee, Wolfram? Nee, Wolf. Nee, nee, ich brauch Wolfram. Das krieg ich grad noch vom Spanier. Das hast du wechselt, ne? Alles gut, kein Problem. Braucht jemand Gummi? Ich brauch sehr viel, Tim, aber ich hab keinen Hafen. Wolfram kannst du auch bei Japan. Können wir eigentlich wieder auf vier hoch, oder hat noch jemand Probe gekriegt? Ja, wir haben noch einen Chinesen. Ja, mach einfach, mach einfach vier. Ja, das ist doch Mannstein, oder, der Chinese? Ja. Ja, der wird das wohl auf vier hinkriegen. Habt ihr eigentlich das Bild gesehen, das ich beforstet habe? Manche haben einfach jetzt eine Wettbekommen, und manche hat jetzt einfach 15% rekrutierbarer Bevölkerungsfaktor bei 40 Millionen Einwohnern. Ja, aber der kommt grad gegen nichts nicht durch. Ähm, ja, das Problem ist, dass die KI mit Frontart, da die spielt. Die haben auch 80 Divisionen. So, ich hab gleich ein richtig großes Problem, weil dadurch, dass ich keinen in mein Bündnis einladen kann, hat man in 26 Tagen mein Bündnis aufgelöst. Ja, wie lange dauert? Und mein Warscore braucht noch 44 Tage. Oh, shit. Ähm. Ich kann das auch nicht verzögern. Ist das irgendwie, kann ich irgendwie, ne, ich kann ja keinen einladen, weil egal wen ich einlad, braucht 100% World Tension. Fuck, ich hätt die Schweizer einladen können in mein Bündnis, äh, über diesen Fokus, dann wären die drin gewesen. Äh, nehm ich mir doch mal die 5% Orgas. Der schwarzer Dragonboy, der hat ja Internetprobleme. Ich weiß. Ich hoffe, dass er das angenommen hat. Der hat gesagt, dass er aber in Stream zu guckt. Ja, das macht er jetzt auch nicht. Hat irgendwer anders ein Bündnis? Ich hab ein Bündnis. Ja, okay, aber. Ich hab die, äh, WPTO. West Pacific Treaty Organization. Oh, das ist gut. Du hast ein Bündnis? West Pacific Treaty Organization. Und das kommt irgendwie bekannt vor der Name. Ist auch nicht. Oh ja, äh. Ähm, ich und die Türkei wollen gleich Griechenland den Krieg hier klären. Und, ähm, wir können nicht in einem Bündnis sein. Und, ähm, wenn ich vorge, mach und er auch, das dauert viel zu lange, äh, das ist ein viel zu großer Unterschied. Können wir dann in dein Bündnis und dann zusammen, äh, Griechenland, also ich und er. Das Ding ist, ich kann eh nur rein, wenn es 100% Deutschland ist. Nee, nee. Nee, gibt's, nee, gibt's nicht. Äh, kann ich euch gleich sagen, weil, ähm, ähm, äh, ich keine Autokraten unterstützen will, die hier, die ihre Bevölkerung niederflügeln. Mensch. Eher kämpfe ich, eher kämpfe ich gegen euch mit allen Mitteln. Apropos kämpfen, äh, Griechenland hier und, Griechenland würde genießen, warum der Türke und der Bulgare komplett die Grenzen offen lässt. Also gar, gar keine einzige Einheit da mal stehen lässt, ähm, was ist da los? Wir mögen dich halt. Wir wollen halt nicht. Scheiße. Keinerlei, äh, oh, Mann. Ach, ihr mögen mich? Ist das so? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Aber Heiko mag ich nicht mehr, ey, der macht das scheiße. Wer mag denn keine Griechen, ist die Frage. Ich hab, ich hab noch eine Idee. Ich weiß nicht, die EU vielleicht, aber, ähm, jedenfalls, äh, ist schon interessant. Das ist schon interessant. Ich hab jetzt die ganze Zeit so ein bisschen darauf gewartet eigentlich, dass ich angegriffen werde, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt guck ich hier und da ist einfach niemand mehr an der Grenze. Ähm, ist ja nicht so, dass ich gerade enorm aufrüste. Ähm, ja gut. Ach, da guck mal, da kommen sie langsam wieder. Ich wollte es auch nur erwähnen. Ich hatte jetzt eigentlich keine Absicht. Wir wollen ja auch nicht mit Spiegelhaus erleben, ne, nicht, dass du hier gleich einschließt. Ja, dankeschön, ja. Ich unterhalte mich ganz oft mit den Vietnamnesen und den Japanern. Ähm, gucke, was da so los ist. Also, alles cool. Ach so, Tim, so ist das also. Hey, wir unterhalten sich nur. Ach so. Ja. Na gut. Interessant. Ey, ja, guck mal, auf einmal stehen da wieder so 13, 14 Divisionen an meiner Grenze. Ich dachte, ich frag einfach mal ganz höflich. Ja, alles gut. Ähm, wo wir gerade mal hier sind, äh, liebes Österreich, liebe Habsburger, ja. Was, was ist da eigentlich der Plan? Gibt's da jetzt irgendwie einen Plan, was hier passieren soll? Ich habe, äh, Intrigen gegen Italien gehört. Ich weiß nicht, ob da was dran ist. Ne, ne, die Italiener haben sich freiwillig den, äh, einzig wahren Weg, also den Monarchismus wieder angeschlossen. Aha. Staatsinseln schon längst in Planung. Ja. Ah, okay. Das heißt, die Habsburger sitzen auch gleich da auf dem Thron, ne? So würde ich das jetzt nicht sagen. Aber wir haben unsere ehemalige Politik ein bisschen überdacht und wir wollen jetzt auch mit verschiedenen diplomatischen Mitteln, ähm, eingreifen, politisch. Okay. Ähm, was das bedeutet, sieht man gleich. Okay, äh, hat denn, äh, Österreich vor, irgendwie auch zu expandieren? Äh, ja, auf jeden Fall. In welche Richtung denn, äh, Tschechien, Jugoslawien und Nord- und hier Transalbanien. Mhm, 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 mhm. Ja, gibt es denn irgendwelche Pläne mit Griechenland, die vereinbaren werden? Äh. Zum Beispiel Jugoslawien, wenn man da einfach mal drüber nachdenkt? Ja, Griechenland ist schwierig. Ich hab da nämlich von meinen Verbündeten ein paar Sachen gehört. Äh, Heiko und, äh, Bulgarien werden bald Verbündete sein. Oh. Ja, das ist doch interessant. Ja, das ist interessant. Also, die Frage, ob ihr jetzt irgendwas gegen die Griechen habt, oder nicht? Nee, Heiko nicht. Heiko mag... Bis jetzt noch nicht. Heiko mag griechisch Alkohol. Bis jetzt noch nicht, das ist, das ist gut. Was ist mit Alkohol? Ja, du magst griechischen Alkohol und deshalb... Wie viel Scheruhr? Das ist, was ich auf dem Weg zum Bahnhof führ. Im Heil könnt ihr mir einfach gehen, die Afghanen... Der Krieg ist nicht so easy. Ich würde aufpassen, Afghanistan baut Lighttanks. Ich wusste es, ich wusste es. Fuck, Jugoslawien garantiert auch die Unabhängigkeit von... Der Jugo auch? Nein... Nee, nee, macht er nicht. Der... Der Tscheche... Der Tscheche macht das... Bei Jugo, nicht der Jugo. Ist nur Rumänien dabei. Okay. Afghanistan hat schon zwei Provinzen, und das sieht nicht so gut aus. Ähm... Also, ich kann halt nicht helfen. Ja, ich versuch gerade eben noch was. Ich glaube, für den Griechen sieht es auch ein bisschen scheiße aus. Wem kommt es wahrscheinlich auch so vor, als wenn ich alle gegen die Verbündung habe? Griechen ist immer noch hier, ne? Als Info. So, der ist noch hier. Hi. Na? Hallo? Na? Wie geht's noch? Also, ich weiß ja nicht, was ihr vorhabt, ne? Aber, hm. Wie mögen wir auf jeden Fall... Ich bleibe hier noch fünf Minuten sitzen, dann weißt du, was die vorhaben. Okay, dankeschön. Das ist so interessant. Ich glaube, die wollen dich unterstützen, dabei die Tschechchen zu singen. Genau. Tschechchen gibt es gar nicht mehr. Das ist auch die DLD-Runde. Ja. Noch gibt es noch. Ja. Wir sind es auf History. Oh, bald. Also, es hätte zumindest, wäre zumindest die Erklärung gewesen, warum hier die ganzen Truppen von der Türkei und Bulgarien irgendwie nach Nordwesten ziehen. Ähm. Ja, aber tatsächlich ist Heiko, äh, wenn ich das mal so sagen darf, ein bisschen... Ja, nee, das sag ich schon nicht. Heiko hat es ein bisschen verteilt. Ja, ja, nee, das wollte ich ein bisschen anders. Egal. Ja, ich, ich, ähm, war mit dem Kopf mehr wieder bei anderen Sachen, als da, wo sie hätten sein sollen. Ja, ähm, der hat High Quarter in Bündnis und das ist jetzt nicht mehr da, weil er, weil es abgelaufen ist, weil er keine Bündnis hat. Das ist doof. Ah, fuck, ich garantiere jetzt nur, ich dachte, vielleicht kriege ich damit eine Faction. Scheiße. Du kannst aber, äh, bei 100% eine Neugier... Ja, gut, 100%ig, aber... Oder du wirst halt den Neutralitätsfokus... Ich glaub, du wirst du los, wenn du kriegst, ich bin mir aber nicht sicher. Ah, ich kann Jugoslawien in mein Bündnis einladen, damit würde ich dann quasi wieder ein Bündnis gründen, oder? Ich mein, ich will Jugoslawien nicht unbedingt in meinem Bündnis haben, aber ich mein, das wär jetzt besser, als dass wir... Äh, ich hab ein... Also, ich glaub, wenn zwei Leute in Amerika justifien, äh, machen wir, ich glaub, insgesamt 80% World Attention, das heißt, wir kommen auf 100. Ja? Ist das so? Ja, 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 also beispielsweise ich hab jetzt grad 45% natürlich, wenn ich's mach... Okay, das funktioniert nicht, okay, ich dachte, vielleicht kann man sein. Äh, ist Amerika ein Spieler? Nein, nein. Also, wir, wir, wir machen uns ja wieder, also, wir machen uns ja nur so lange, bis wir dann... Wird schon haben und so. Was macht er denn, was ist denn? Was ist denn wohl? Nicht gegen die Regel? Ja, das ist halt das Ding, also wenn ihr so, wenn ihr so, Tapierwetter, dann könnten wir's so machen, ansonsten müssen wir's anders. Ja, okay, dann machen wir das jetzt, würde ich sagen, oder? Ich weiß nur wegen Regeln, ich weiß... Steht nicht in den Regeln drinne. Heiko, ich hab nur einen Regelvorschlag. Warte. Ja, gut, administriert, admin sagt, dass man nicht, dass man nicht, hab ich nicht gesagt, aber es steht nicht in den Regeln drinne. Ja, dann ist ja nicht schlimm. Gut, dann machen wir das jetzt, Heiko. Also, Heiko, man kann, ich sag dir, man kann gegen große Nationen justifien für eine Sekunde und World-Action zu generieren. Ja gut, das sollte natürlich eigentlich nicht gehen. Heiko, machst du das auch? Ja, das machen wir gerade. Das steht halt nicht in den Regeln drinne, ne? Ja, das ist natürlich immer schwierig, so was. Sollte man. Ich kann das, ich kann das, ich hab das Fokus nicht. Also, ich könnte, ich könnte jetzt Japan beitreten. So, Heiko könnte jetzt, oder sonst irgendwie, eh mal. Na, Heiko könnte jetzt halt eine Faction mit euch machen. Ja, dann, Heiko, und was ist das? Oh, create Faction, oh Gott sei Dank. Your Faction name, wie nennen wir uns? Your Faction name hier. So, der ist perfekt. Mittelmächte. Griechenland at the best. Okay, äh, Rumänien eingeladen. Du hast Rumänien geschickt. Nein! Oh, nicht Rumänien! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nee, 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 die nehmen das nicht an. Nee, Iran haben auch Dringend Unterstützung, die afghanische Front. So, jetzt Türkei eingeladen. Bulgarien und Türkei. Türkei nehmt mal an. Dawn of Mittelmächte, Bulgarien, Invited to Faction. Köln, darf das, in der Regel bin ich auch bereit, ne? Äh, Iran. Und jetzt bitte auch, und so ist die Faction. So. Mittelmächte. Ich bitte, ich zieh zurück, ne? Gut, das war jetzt eigentlich... Ich weiß nicht, ob ihr mich da vielleicht auch sieht, oder so in den Mittelmächten. Nur mal so am anderen. Darf Iran auch in den Mittelmächten? Nein, der Iran geht nicht zu den Mittelmächten. Nein, der Iran, Alter, der soll sich mal... Iran muss gegen Afghanistan erstmal gewinnen. Ja, genau. Und ich moderiere kurz meinen Part ab und erkläre ich den ganzen Krieg. Und sobald ihr seht, dass Krieg ist, gibt's Action. Also, logischerweise. Braucht ihr euch bereit. So, dann war der Part jetzt ein bisschen chaotisch. Wir mussten ein bisschen Bug-usen, um das jetzt in den Griff zu kriegen. Aber ich würde an der Stelle mal sagen, ich beende den Part. Nächstes Mal geht's auf jeden Fall spannend weiter. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao, Leute.